hallo nicht erschrecken da würdet nicht nur ihr wie die ziege ins ohrwerk reingucken also wenn ich auf sowas das erste mal stoßen würde aber wie immer im grunde total einfach das ganze es geht um gleichspannungs trafos also trafos an sich ist ja schon mal eine schöne erfindung sehe ich ja ein aber in zeiten wo man mit zurzeit noch solar und windkraft energien in unter anderem solche bleigel akkus speichern haben wir dann einen haufen gleichspannung zur verfügung ja und wie macht man aus der gleichspannung jetzt wieder ordentliche hohe wechselspannung für solche verbraucher wie zum beispiel so eine ich weiß es ist eine kohle faden lampe wir waren am alten projektor eingebaut auf der fassung steht drauf 220 volt und 500 watt steht es hier 220 volt 500 watt naja mal gucken ob man das irgendwie hinkriegen mit 24 volt sind zwei 12 volt batterien hier in reihe geschalten hier ist mein einschalter dafür hier ist ampermeter auf zweieinhalb ampere eingestellt in der eingangsseite vom minus ja der rest alt bekannt ganz stinknormale beddini schaltungen hier drüben in mj 30 55 t drauf halten npm und hier das sieht auch schön aus ne solche marken mag ich besonders Tesla ja danke nochmal an triame funktionieren echt gut die dinge kann man nicht meckern ja und dann daran angeschlossen einmal so eine spule ja die sieht ein bisschen verwochen aus gebe ich zu aber hat so viel mehr effekt als solche stinknormalen spulen auch nicht ich glaube da habe ich meine bestimmt zwei wochen dran rum gebastelt das sind ein haufen flache pancake holz übereinander ja mal gucken was ich hier dann noch herausfinden aber momentan funktionieren sie bei mir ganz normal als stinknormale mit beddini ansteuerung angesteuerte spulen also ist mit vier drehten parallel gewickelt das sind eingänge das in der ausgänge ja viel also zwei ein und zwei ausgänge habe ich die beddini schaltung angeschlossen und die anderen da habe ich mir den beck emf rausgesucht diese experimente mit der dritten entwicklung vom beddini motor da hatte ich ja schon mal demonstriert wie man da die seite von beck emf rausfindet ja also habe ich dann die seite mit beck emf auf die plus seite gelegt von meinen mega kondensatoren die ich dann laden möchte komme ich dann hier ich glaube bei der war so gewesen dass ich um die 70 80 volt gekommen bin wenn ich mit 12 volt eingang gefahren bin so jetzt klopft jemals muss ich erstmal kurz pause machen ok weiter geht's ja das ist einmal die eine seite und parallel dazu eigentlich nur noch mal die andere seite diesmal mit einer stink normal gewickeltem spule genauso mit vier drehten parallel genauso angesteuert die eine mit beddini schaltung also diese eine hälfte davon und die andere hälfte habe ich mir die beck emf rausgesucht beck emf in anführungszeichen bin mal gespannt ob es da auch schon was normal physikalisches dafür als erklärung gibt aber ja wieder mal genug geredet wollen wir das mal hochfahren das ganze teil moment das hier war obwohl das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt da wollte ich als höchst und alle rei mal messen welche temperaturen denn oberhalb von der lampe dann zu entstehen also über 100 grad sind es geworden aber um das ist demonstrieren da dauert das vielleicht etwas lange wir können es ja mal nehmen wir doch mal mit anlassen grad celsius und hier haben wir die die volt was momentan auf den kondensatoren drauf ist ja sind immer noch 40 volt drauf wie wir sehen und warum einschalten das teil und ja bei 80 volt muss ich hier natürlich ausschalten ja leider blende das jetzt durch die lampe da noch mal bis auf 80 volt kommen lassen ja die überspannungslampen von gehen schon an jetzt haben wir schon 84 volt muss ich aufpassen einmal zweimal und einschalten ok so das haben wir an stromaufnahme übrigens auf zweieinhalb ampere eingestellt also knappen ampere dürfte sein oder knapp über ampere so ich muss natürlich mal noch eine automatische einschaltung rausfinden wir können es auch also ich kann den ausgang auch gedrückt halten sie klimt dann nur ganz ganz leicht steigt natürlich ordentlich hier grad seite aber es ist ganz normale glühlampen technik ja nicht so besonderes und die spannung auf den kondensatoren bleibt dann so bei 16 volt wenn ich den ausgang vollkommen gedrückt lasse aber wir wollen ja mal pmpo spitzenleistung also noch mal hochfahren ok 1 2 3 ok also ungefähr alle 8 sekunden kann man komplett mal entladen ja naja so schon mal wieder meine schlecht oder was meint ihr ja dann noch mal als kleine ergänzung die zündspule habe ich jetzt wieder so angeschlossen wie ich sie halt immer anschließend minus auf transistorgehäuse jeweils und der plus vom eingang ja weil sonst kriege ich meine spulen irgendwie von anfang an nicht in selbstoszillation komischerweise ohne zündspule hat es bei mir bis jetzt noch nicht geklappt na vielleicht habt ihr da andere ideen